Als Pfeilbeispiel diente in dieser Studie die Expansion der Southwest Airlines auf dem Markt für amerikanische Inlandsflüge in den 90er Jahren. Diese Fluggesellschaft gilt als wohl erfolgreichster Billigflieger und war mit seiner Kampfpreisstrategie auch ein Vorbild für andere Gesellschaften, wie zum Beispiel German Wings. Zu den etablierten bis zu dem Markteintritt von Southwest Airlines marktbeherrschenden Unternehmen zählte Delta. Die Konkurrenzsituation bei Fluglinien lässt sich sehr gut abgrenzen. Betrachten wir dazu als Beispiel die Flughäfen Chicago Midway, Cleveland und Washington Dulles. Die Verbindungen zwischen den Flughäfen stellen die Fluglinien dar. Um eine Fluglinie bedienen zu können, muss eine Fluggesellschaft Landerechte auf beiden zu einer Linie gehörigen Airports besitzen. Ist das nicht der Fall, so kann sie auch nicht als Anbieter auf diesem Teilmarkt gezählt werden. Bis 1992 galt Delta auf diesen Strecken mit einem hohen Marktanteil als Quasi-Monopolist. 1993 nahm Southwest Airlines die Flughäfen Chicago und Cleveland in ihren Flugplan auf und bot diese Linie zu Kampfpreisen an. Unter diesem Konkurrenzdruck senkte auch Delta seinen Preis auf dieser Linie kräftig. 2004 erwarb Southwest Airlines auch Start- und Landerechte für Washington Dulles und bot umgehend die Strecke Dulles-Chicago an. Rasch begann auch auf dieser Linie der Ticketpreis zu sinken. Die Strecke Dulles-Cleveland hatte Southwest Airlines noch nicht auf ihrem Flugplan. Delta war aufgrund der bisherigen Erfahrungen aber klar, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, wann der Konkurrent auch auf dieser Linie den Betrieb aufnehmen würde. Die Markteintrittsbarriere fehlender Landerechte war ja beseitigt und Southwest Airlines war somit auf dieser Linie ein potenzieller Konkurrent geworden. Delta wartete nun aber nicht ab, um den eigenen Preis noch so lange wie möglich hochzuhalten, sondern senkte den Preis auf der Linie Dulles-Cleveland um 17%. Das war ein drastischer Preiseinschnitt, der ähnlich hoch war, wie ihn Delta sonst bei direkter Konkurrenz von Southwest Airlines als Preiszugeständnis vornahm. Delta konnte dabei auch eine deutliche Zunahme der Nachfrage verzeichnen. Delta hatte sich mit dieser präventiven Preissetzung also bemüht, dem potenziellen Konkurrenten zuvorzukommen und ihn von einem Markteintritt abzuschrecken. Das hinderte Southwest Airlines in diesem Fall allerdings nicht daran, ihre aggressive Strategie fortzusetzen und auch diese Linie in ihr Angebot aufzunehmen. Daraufhin sank der Preis noch etwas weiter. Zahlreiche Vergleiche ähnlicher Fälle in dieser Studie zeigten, auf Strecken mit potenzieller Konkurrenz senkten die Altanbieter ihre Preise viel stärker als auf Linien mit tatsächlicher Konkurrenz. Zum Schluss. Zum Schluss. Zum Schluss. Zum Schluss.